So, hallo, Fortnite hat gerade schon wieder irgendein 3 GB Update reingeknallt, keine Ahnung, und oh lol, ich sehe gerade, dass hier Naruto Sachen sind, schließt Herausforderungen in den Nindo ab, um kostenlose Belohnungen, achso, aber da muss man, okay, ja, nee, 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 alles gut, das braucht man nicht, Insel-Shopping-Aufträge, schließt Insel-Shopping-Aufträge ab, indem ihr 6 von Creators erstellte Spiele spielt und euch Belohnungen wie die Spitzhacke, Tropenschnabbel, okay, das könnte was, das könnte was sein, was man machen kann, das verstehe ich nicht, Nindo registrieren, keine Ahnung, egal, Feiert den gemeinsamen Sieg und untersucht mysteriöse Energien beim Realitätsform während der ersten 3 Teile der Gute-Vibes-Aufträge, okay, da geht jetzt irgendwas los, Gruppe brauchen wir nicht, so, Nein, weg, äh, so, neue Aufträge, oh, okay, da ist, okay, da ist jetzt Insel-Shopping, Was ist das denn jetzt alles, geht eine Woche lang, muss ich Kreativ-Modus machen, oder was, oder wie, eliminiere Gegner, die Objekte sind in Objektjagd, Einkaufszentrum, Ah, es sind aber spezielle Spiele, okay, es sind spezielle Spiele, Okay, Ja gut, könnte man sich überlegen, und was ist gute Vibes? Phase 1 von 3, etabliere eine Geräte, okay, das ist eine Art Story-Modus, würde ich jetzt mal, so würde ich es jetzt mal beschreiben, Yo, etabliere eine Geräte-Verbindung, da muss ich hier wahrscheinlich irgendwas machen, Komm, ist da jetzt noch ein Fragezeichen auf, ist da was neu, da ist was neu, da ist was passiert, Yo, das Gebiet hat sich verändert, da ist was passiert, okay, Das ist auch neu, das ist auch, das ist auch neu, hä? Wait, das ist auch, okay, wait, wait, was ist mit... Hier ist jetzt, hier ist jetzt eine Eisenbahn, seht ihr das? Da sind jetzt Züge, und Dinge, und, okay, da geht's in den Tunnel, oha, das sind jetzt, oder ist das, nee, das ist die Straße, Eisenbahn, sag ich schon, ist keine Eisenbahn, das ist die Straße, das ist die Straße, die da schon immer war, hört mir gar nicht zu, hört mir einfach gar nicht zu, aber da ist jetzt eine Rennstrecke, die ist neu, okay, es haben sich ein paar Dinge getan, Offenbar, oha, oha, da muss man irgendwas tun, schließe Teil 1 ab, um weiterzukommen, ja, okay, ähm, gut, ja, gut, ja, gut, dann interessieren mich die täglichen gerade echt mal gar nicht, sondern mich interessiert das hier natürlich, okay, Okay, ich meine, wir können kurz gucken, was die täglichen sind, vielleicht macht man die automatisch mit, okay, wenn ich Reifen finde und betanken kann das Fahrzeug, das würde ich kurz machen, Objekte, wenn in meinem Fahrzeug ist 30 Stück, okay, das geht auch fit, Zieh dich innerhalb von 5 Sekunden nach dem Sprinten an einem Vorsprung, okay, das ist auch easy, gut, also das kann man einfach nebenher machen, ähm, Okay, ich weiß jetzt halt nicht, ob das nur eine Woche läuft, oder ob das, also ob das, weiß ich nicht, äh, aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen, Dann gehen wir erstmal jetzt in den normalen Modus und gucken uns mal an, ob wir das hier, dieses gute Vibes Ding loslegen können, ich, äh, genug gequatscht, 5 Minuten schon wieder rum, Ich pausiere und wir gehen rein, so, ich hab schon mal die, den gute Vibes Auftrag in die, äh, Verfolgung reingenommen, dass mir das auf der Karte immer angezeigt wird, ne, Hier, zack, das sind jetzt die Sterne, und der Bus fährt eigentlich auch gar nicht so verkehrt, ich denke, da kommen wir hin, Ich denke, da kommen wir ganz gut hin, mach gleich mal den ersten, der, oder, wobei, ich setz mal hier ein Ding, ich glaub, das ist ganz gut für einen Bus zu erreichen, Mal gucken, was da ist, also wahrscheinlich muss ich da an die Orte und da irgendwas machen, weiß es nicht, ich hoffe, ich werd gelassen, Dann steigen sie hier natürlich alle aus und werden wahrscheinlich da rüber fliegen, naja, wobei, mal gucken, mal gucken, Vielleicht, äh, es ist schon ein bisschen weit, also vielleicht gehen nicht so viele in die Richtung, Ja, das sieht ganz gut aus, dass wir da erstmal unsere Ruhe haben. So, was ist jetzt hier? Ist da dieses Ding gemeint? Oder was? Oder ist da unten dieses Ding gemeint? Oh, da, da ist das Symbol. Ah, okay, das hat schon gezählt, das auch. Du hast also den Nullpunkt befreit. Super. Vielleicht hat das aber auch unerwartete, furchtbare Auswirkungen. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich ist es ersteres. Da fällt mir ein, dass wir unseren großen Sieg Gebühren feiern sollten. Geh schon mal vor, während ich noch ein paar schnelle astrophysikalische Berechnungen anstelle. Nur zur Sicherheit. Ja, da müsste man jetzt halt die Story kennen, die bisher passiert ist. Da bin ich natürlich raus. Aber das hat also gereicht. Man musste einfach zu irgendeinem von diesen Dingern hingehen und da telefonieren. Okay. Ja, und Nullpunkt befreit, das ist dieses Ding hier, wo hier der See aufgetaucht ist, ne? Das ist dieser Nullpunkt. Also irgendwas ist da halt passiert zwischen Season 2 und Season 3. So, aber keine Ahnung. Ich hab von der Story in Fortnite absolut keine Ahnung. Aber ich hab schon gehört, die, die sozusagen des Spiels ein bisschen mehr verfolgen. Die finden die ganz gut. Jetzt weiß ich aber nicht, wo das jetzt weitergeht. Weil jetzt hat sich das ja schon erledigt. Ich musste nur zu einem von den Dingern hin. Phase 2 von 3. Sammle essbare Verbrauchsgegenstände für die Feier. Achso, einfach irgendwas sammeln. Null von 6. Essbare Verbrauchsgegenstände. Kann ich die auch essen dann, dass die wieder wechselt? Oder muss ich die wirklich sammeln? What? Weiß es nicht. Oh, das ist nichts, was kaputt. Also was, nichts. Bringt mir nichts. Okay. Aber es... Manche Sachen sind jetzt hier auch schon an. Aber wir gehen mal da rüber. Wenn da nicht gerade jemand zufällig schon ist. Aber ich hoffe nicht. Achso, ich soll nach dem Spritten mich wo hochziehen. Scheiße. Schade. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So. Da geht es auch schon weiter. Aber jetzt ist dann egal, wo ich aussteige. Sehe ich das richtig? Dann würde ich doch gleich mal hier aufdenken. Das ist nämlich... Ja, das ist jetzt nämlich alles neu. Da ist jetzt alles neu. Oha. 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 Ich frag mich nur gerade, was hier davor war. Doch, da war hier... Da war hier dieses Holzlager. Und da ist jetzt was entstanden. Ah, da ist jetzt eine Siedlung entstanden. Hier war dieses große Holzlager. Ja, doch. Ich erinnere mich. Hier war dieses große Holzlager. Und hier... Oh. Eine Essenskiste ist natürlich super. Wegen... Wegen Essenszeug. Guck mal. Da geht schon los. Zwei von sechs. Aber ich gehe stark davon aus, dass ich die kaputt mache. Also, dass ich das auch wieder... Oh, das war nicht so klug. Okay, Waffe ist da. Ich gehe davon aus, dass ich das auch wieder... Ähm... Loswerden kann. Wo ist jetzt diese Kiste? Bin ich doof da? Und man einfach nur ein bisschen was zu essen finden soll. Das sollte hinzukriegen sein. So. Wo wird denn da geschossen? Geht es in unsere Richtung? Oder sind wir... Das ist schon sehr nah. So. Aber ich habe mal kurz das Hochziehen gemacht. Das ist, was ich gerade vorhin versaut habe beim Flüchten. Aber... Ist ja egal. So. Okay. Was ist das da drüben? Ach jetzt! Oh, scheiße. Das ist ja alles direkt hier. Aber guck mal, jetzt tauche ich hier auch überall solche Pflanzen auf. Die waren vorher nur an der einen Stelle. Jetzt sind die überall. Schon interessant. Wo ich jetzt hier sein will, weiß ich noch nicht so ganz. Hm. Ja, jawohl, hau ab. Der hat keine Lust mehr. Oh, diese Haie, ne? Oh, diese Haie, ne? Die sind auch übertrieben groß. Oh, mehr Lebensmittelbox. Boxen. Wow, hier ist ja fast nichts vorbereitet. Kümmerst du dich darum? Ich veranstalte nie Partys. Ne, klar. Kein Ding. Ich bin eher so der Typ, der als Ehrengast dabei ist. Also Gott, die Kanonen gibt es hier schon. Ich hasse die, aber man kann damit ziemlich gut eine Party in Gang bringen. Löse die Dinger schon mal aus, während ich noch mal etwas durchrechne. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Das wollte ich nicht drücken. Mein Gott, ich treffe nix gerade, ne? Okay. Eieiei. Richtig schlecht. Da kann ich jetzt mal hier das ganze Zeug... ...verfuttern. Aber habe ich jetzt die Essensmission erfüllt? Ja, ne? Die Essensmission habe ich, glaube ich, erfüllt. Was ist next? Drei von drei interagiere mit Konfetti-Kanonen in Wave Cave. Hier muss ich hin. Okay. Null von fünf. Problem ist, jetzt kommt gleich die Zone. Also in der Mission wird es wohl nichts mehr werden. Scheiße. Wo? Wo denn? Ich bin schon wieder blind. Der Richtung. Ah, jetzt. Scheiße. Wieso konnte ich nicht mehr schießen? Hatte ich keine Munition mehr? Nicht doof? Ich glaube, ich musste nachladen, ne? Egal. Okay. Ähm. Ja, zwei von diesen komischen Dingern haben wir jetzt schon. Jetzt müssen wir in die Wave Cave und da Konfetti-Kanonen hochschießen lassen. Ja, let's go. So, da geht's auch schon los. Der Bus ist leider nicht optimal. Und das Ding hier heißt jetzt Lock... Ups, wollte ich nicht. Das Ding heißt jetzt Lock-Chem-Lotus. Weil jetzt ist da ein riesiger Baum, verstehe ich gar nicht. Da war doch kein riesiger Baum gerade. Aber egal. Ähm. Wir müssten hier hin. Problem ist, der Bus fährt da direkt dran vorbei. Also, weiß ich nicht. Wir probieren's aus. Wenn ich gleich wieder draufgehe, ist es mir eigentlich auch sogar egal. Vielleicht kann ich ja trotzdem einfach die Dinger auslösen. So, ne? Das ist jetzt erstmal die Überlegung. Ach, ist da dieser große Baum? Ah, da ist doch so ein etwas größerer Baum, oder? Na, egal. Ja, doch, da ist schon ein relativ großer Baum. Auch wenn der jetzt die Karte halb verdeckt. Was ist das denn? Hä, war der da gerade auch? Bin ich blind? Ich weiß es nicht. Okay, in der Wave Cave muss ich jetzt Konfetti-Kanonen finden. Das kriegen wir schon. So, wir landen jetzt erstmal hier drauf. Dann hoffentlich nicht gleich wieder abgeschossen. Sondern können unsere... Unsere Nebenmissionen mal machen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Problem ist nur, ich komme nicht rein. Von hier, ne? Und dann komme ich von hier. Ist hier ein Eingang nach innen? Oh, das wäre stark. Ne, hier ist kein Eingang nach innen. Man hört die qua... Quatsch. Man hört die zwar, aber ich jetzt... Ach, da wäre jetzt dieses... Ja gut, ich könnte... ...ins Wasser springen. Und hoffen, dass es gut geht. Jo, da hat schon einer die Konfetti-Kanone gezündet. Also die machen schon die... Die Quests. Auch die anderen. So. Wir probieren es mal. Wo sind jetzt Konfetti-Kanonen? Ich will nicht... Ich will hier eigentlich gar nicht... Ich glaube, ich bin tot. Vielleicht ist auch doch die Person tot, weil sie mich nicht trifft. Das geht natürlich auch. Was ist das denn? So, das können wir mal austauschen. Alles andere ist nicht so spannend. Da ist das Ausrufezeichen. Da ist wahrscheinlich so eine Konfetti-Kanone. Ist hier was drin? Kann ich dich kaputt machen? Kann ich sogar. Aber hat mir nichts gebracht. Hat mir auch nichts gebracht. Komme ich jetzt bis zu der Kanone vor? Flop. Eins von fünf. Okay, gecheckt. Das ist doch ganz lustig, wenn man es selbst dran zieht. Okay, wo sind noch mehr davon? Da. Okay. Klopp. Zwei von fünf. Austausch. Oh ja, heilen, heilen. Ganz wichtig. Oh, geht nicht mehr. Bin schon voll. Achso, voll für das. Aber wo ist die nächste? Da oben. Okay. Gehen wir da hin? Vielleicht. Wenn wir heil ankommen sollten. Kann ich mit dir quatschen? Habe ich mit dir schon mal gequatscht? Komme ich raus. Jetzt komme ich raus. Habe ich mit dir schon mal gequatscht, Kollege? Hallo? Man weiß es nicht so genau. Ach, scheiße. Da oben ist das. Da sind wir uns da oben. F. Ich glaube, das geht nicht gut. Okay. Nee, so komme ich da nicht hin. Oh shit. Ja, schade. Okay, bleiben die zwei jetzt gespeichert, die ich abgeschossen habe? Ich hoffe, ja. Aber wir wissen jetzt, was wir zu tun haben, wenn wir da drin sind. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, der Bus fährt denkbar ungünstig direkt hier vorbei. Da werden halt die meisten aussteigen. Sollen wir es probieren? Ja, ich denke schon. Die zwei sind auf jeden Fall ausgelöst. Das heißt, ich muss direkt zur dritten. Wenn wir sterben, ist es eigentlich auch egal. Hauptsache, wir schaffen es. Keine Ahnung. Wir steigen auch schon ein paar aus. Ja, vielleicht sind ja bis dahin auch ganz viele ausgestiegen. Kann ja sein. Oh, da leuchtet es jetzt so gut. Was ist das denn auch wieder? Was ist das denn? Crazy, sieht das aus. Wir wollen hier rein. Genau da. Auch wenn mich das da drüben jetzt schon reizen. Was ist das? Okay, sorry. Ich will da hin. Ich muss wissen, was das ist. Oh shit. Das ist... Wir wollen auch jemand anders wissen. Ist das Darth Vader? What the heck? Ah, das ist dann wahrscheinlich schon... Ja, das ist Darth Vader. Yo. Tut ihr mir was? Okay, die wollen... Die haben keinen Bock auf... Ups. Ach so. Ja, das habe ich nicht gewusst, dass ich hier nicht sein soll, Freunde. Wie unendlich? Was ist das denn? Okay. Ähm. Ähm. What the heck is going on here? Ich töte jetzt Darth Vader. Okay, cool. Okay, der wehrt gerade ab. Aua. Der ist gleich down. Ich habe nicht gerechnet, hier auf Darth Vader zu treffen. Was zur... Fortnite, bitte. Was tut ihr? Auf Sachen zu werfen. Jetzt werdet er wieder ab. Aua. Jetzt ist er tot. Ich habe... Okay, ich habe... Ich habe Darth Vader eliminiert. Jetzt kriegt er die Sachen dafür. Okay, so könnte man sich das Laserschwert holen. Okay. Ja gut, kann man mal machen, ne? Hat mir jetzt leider in der Runde sonst nicht so viel gebracht. Okay. Aber wir haben mal Darth Vader eliminiert. Der war bisher auch noch nicht da. Also das kommt jetzt alles so Stück für Stück. Hey, Fortnite, was machst du für Zeug? Oh, Mann. Okay, ich pausiere. Wir sehen uns gleich wieder. So, der Bus fährt diesmal ein bisschen besser für die Konfetti-Geschichte. Und wo war jetzt Darth Vader hier, ne? Irgendwo da war das. Aber ist der immer... Vielleicht ist der auch immer an einem anderen Ort. Weiß ich nicht. Oder nur nachts, oder keine. Sheesh. Was ist mit dem denn los? Ne, der ist wieder da. Ah, okay. Also an der Stelle ist scheinbar Darth Vader. So, wenn man da hingeht kann... Ach, der... Oder kommt der da runter? Ah, der landet da jetzt sozusagen. Da kommt... Das war jetzt irgendein Star-Wars-Gefährt. Teil. Okay, dann ist da scheinend jetzt immer Darth Vader. Okay. Von mir aus. What the hell? Wusste nicht, dass ich da angegriffen werde. Ich wollte halt nur mal gucken, was da los ist. Jetzt weiß ich's. Da ist nicht erwünscht los. Okay, das reicht nicht ganz, oder? Na doch, wir landen. Wir landen zumindest bei so nem Kugler-Ding. Da kann man sich auch immer erstmal ganz gut ausrüsten. Oh, und dann können wir mit der Kugler... Mit dem Kugler da reinfahren. Das ist gar nicht mal so dumm. Dann können wir mit dem Kugler da reinfahren. Und, äh... Weißt du schon. Ne? Und dann da drin weitermachen. Ja, das ist gar nicht mal so flöd. Wenn sich die jetzt niemand die Kugler schon geschnappt hat, oder so. Aber es sieht gut aus. Okay, Schild sieht auch gut aus. Das weiß ich nur nicht. Wenn ich so rumgehe, dauert's ewig, bis ich da drin bin, ne? Ist es so rum nicht schlauer? Achso. Ach, das geht immer nur in einiger... Ja... Okay. Ähm... Ähm... Okay, dann komm jetzt da rein. Genau, da will ich hin. So, dann ziehen wir uns hier mal raus. Und gucken mal, wo wir jetzt überall hin müssen. Ähm... Wo sind denn diese Dinger? Da... Ach, hier direkt ist... Hier ist direkt eins. Perfekt. So. Drei von fünf. Plop. Woher kenne ich den Synchronsprecher? Ich kenne den irgendwoher. Wo ist das Nächste? Da unten. Hopp. Muss ich da hoch dann wahrscheinlich? Ach, scheiße. Okay, aussteigen. Ja, gut gelegt, die Kugel. Ah, wirklich. So. Und... Hallo. Bin doch direkt vor dir. Stopp. Vier von fünf. Oh, gute Waffe. Gehen wir mit. Okay. Aber die... Blaue wollte ich eigentlich jetzt nicht hier liegen lassen. So. Ah, das ist aber die Zwei-Schuss-Schrotflinte, mit der muss ich Missionen machen. Dann machen wir das so rum. Nein, so, jetzt. Okay. Das nehmen wir aber auch mit, statt dem Ding. Okay. So, wo ist das Letzte? Eins fehlt mir noch. Wo ist das Symbol? Ich hab das Symbol noch nicht erspäht. Bin ich doof? Wo ist das Symbol? Da! Ist hier drin, oder was? Da drin. Okay, perfekt. Juhu! Ähm. Hallo? Hallo? Hat das jetzt gezählt? Irgendwie nicht, ne? Ach, da! Hä? Bin ich doof? Hä? Jetzt geht das wieder. Hä? Hä? Irgendwie gehen die Letzten nicht, oder man muss da hin und her laufen, oder was? Hallo? Okay, der geht nicht. Da ist noch einer. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Wieso geht das nicht? Aber ich kann bei denen jetzt überall schon nicht mehr E drücken, ne? Ne? Okay. Vielleicht muss man mehrere auf einmal machen. Aber wo sind noch welche? Gibt es hier noch irgendwo welche? Weil ich habe jetzt fünf auf der Karte. Aber keines davon hat getan, was es sollte. Ähm. Ich kann es aber auch nicht mehr auslösen. Ist irgendwo noch ein Symbol? Was ich nicht ausgelöst habe? Also hier ist dieses. Da steht interagiere. Aber habe ich ja. Oh, scheiße. Oh. Oh, da hat er die Krone. Witzig. Jetzt habe ich sie. Nein, so. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay. Und das wollte ich austauschen. So, jetzt passt die Geschichte. Ja, aber das ist irgendwo noch so ein Ausrufezeichen-Symbol, weil ich habe keins mehr gesehen. Bin verwirrt. Da ist keins mehr. Das sind alle hier. Hab aller. Komisch. Ja, weiß ich auch nicht, warum es jetzt nicht geht. Obbala. Kann ja nochmal hingehen, aber irgendwas klappt damit. Ja, aber das lässt sich auch nicht mehr auslösen. Also ich kann auch nichts mehr tun. Ich kann auch nichts mehr tun. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich kann mit allen nicht mehr interagieren. Ich habe alle drei angetickert. Aber ich sehe auch kein anderes mehr. Da muss ich jetzt mit dem Dude da oben nochmal reden. Ist hier noch irgendwo was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es ist verbuggt. Ich weiß es nicht. Moin. Oh, auch nice. DPR. Aber auf der Karte selbst, also wenn ich da jetzt rangehe, das sind auch nur diese drei. Interagiere mit Konfetti-Kanonen. Ach, jetzt ist schon eine neue... Was? Ist schon was Neues? Etabliere eine Geräteverbindung. Wo ist das? Ach so! Hä? Okay, ich verstehe nichts mehr. Aber es steht ja immer noch vier von fünf. Also ich habe ja noch nicht die fünf. Huch, da wollte ich nicht hoch. Nicht, dass jetzt ein Kugler kommt. Okay. Ich dachte, es tut weh, aber hat nicht weh getan. Weil die, die ich ausgelöst habe, die sind weg. Ja, vielleicht geht es in der nächsten Runde. Die sind jetzt ja... Also es ist ja nur noch bei vier von... Es steht ja bei vier von fünf. Vielleicht geht es in der nächsten Runde. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich anders machen muss. Die gehen jedenfalls nicht mehr. Also die habe ich jetzt ausgelöst. Die gehen nicht mehr. Ne, ich kann nichts tun. Ja, gut. Dann ist das so. Hier wäre noch jemand zum Quatschen, oder was? Ach, das ist da oben die Person. Ah, das ist da oben die Person. Okay. Nein, ich will meine DMR schon gern behalten. Dankeschön. Nu, jo. Weiter weggehen hat auch nichts gebracht. Ja, keine Ahnung. Die sind da alle, aber ich kann nichts tun. Weiß ich nicht. 15 Spieler noch übrig. Na, dann spielen wir jetzt nochmal. Wir sind richtig, ne? Ja, gebietstechnisch sind wir richtig. Okay, sehr gut. Vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas, während wir rumlaufen. Kann ja sein. Na, dann spielen wir jetzt nochmal. Hier komme ich... Ach, scheiße, raus. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht hoch, aber ist in Ordnung. Hier waren wir auch noch nicht so richtig oben, ne? Oh, wir könnten mal ganz nach oben gehen. Oh, dein Zelt ist jetzt weg, mein Freund. Ah, das ist, glaube ich, schon ganz oben. Ja. Oh, nein, das ist ganz oben. Witzig. Komme ich jetzt wieder runter? Indem ich auf dem Ding wahrscheinlich lande. Yo. Okay. Gut, zum Glück mache ich mich so gar nicht bemerkbar. Oh, aber guck mal. Die Zone zieht sich nach hier zusammen. Yo, jetzt gehen wir aber auch hier... Okay. Dieser, dieser Realitätsbaum, oder was das ist, der scheint jetzt auch richtig hier Wurzeln zu schlagen. Was er vorher auch nicht getan hat. Oh. Oh. Kann man das kaputt machen? Bringt das was? Oh, das bringt so Samen. Oh, okay. Ähm. Okay, das war jetzt weniger spektakulär, als ich dachte. Also sind die normalen Realitätssamen, ne? Ja, ist der ganz normal, okay. Ich habe mein Bäumchen, ich setze es jetzt nicht an eine neue Stelle. Moment. Aber interessant. Also das, das setzt sich jetzt immer weiter fort, dieses Zeug. Okay. Bisschen Munition. Jo. Was auch immer das ist. Deko. Achso, so zerstören mit einem Fahrzeug. Objekte hatten wir ja auch. Sind hier noch ein paar Zäune oder sowas? Oder kleine Bäumchen? Jawohl. 6 von 30. Jawohl. Ah, Büsche zählen auch als Objekt. Sehr gut. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Okay, der will nicht kaputt gehen. Okay. Schade. Ah, da werden Büsche. Okay, die Büsche fahren wir einfach kaputt hier. So. Okay, das zählt nicht. Das zählt. Und da ist schön, schön, schön Zäune. Alles schön kaputt fahren. Jawohl. Ah, hier haben wir das Haus rein und da einfach ganz viel Sachen kaputt hoch. Ja. Ja. Wenn wir noch sieben Spieler übrig sind, mache ich ja einfach den Quatsch. Scheiße ist es auch, äh, ja. Aber warum nicht? So. 22. 23. Wir haben es gleich. 24. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Hier, das geht nicht. Oh, da rein. Da rein. Oder hier die Außen-Sachen. 29. Yes. Ey, richtig dämlich. Ich weiß. Aber was soll's. Hier mit ein bisschen Glück. Kriegen wir noch ein paar Kopfschüsse raus. Oh, scheiße. Oh, ich hab nicht gesehen. Oh, das ist nicht gut. Das hab ich nicht realisiert. Dass sich die Zone in die Richtung zusammenzieht, hab ich gar nicht realisiert vor lauter, vor lauter Dingen. Ups. Ups. Aber alles cool. Wir sind, wir sind wieder hier. Wo wir gerade durchgemäht sind mit dem Auto. Drei Spieler noch. Wo ist der Typ von gerade? Warte. Uh. Gib mir die. Nein. Die. Scheiße. Ah, Mann. Wo ist denn der immer? Ey, von wo schießt denn der Typ? Okay, das hat ordentlich gescheppert. Einer noch übrig. Das war jetzt eigentlich gar nicht mein Ziel, hier so weit zu kommen, aber ich hab da kein Problem mit, ne? Wer findet wen als erstes? Oh, ich hab die Krone verloren, oder was? Ach, ich hab die schon. Ach, der hatte auch ne Krone auf. Okay. Scheiße. Wo kam der her? Da drüben, oder was? Okay. Ah. Hab dich genau gesehen, mein Freund. Alles oder nichts. Ja, ja. Ich seh dich. Ich seh dich. Yes. Genieß die Feier, mein liebster, noch lebender Forschungsassistent. Denn danach werden wir uns um ein paar Dinge kümmern müssen. Also trink nicht so viel. Sehr schön. Okay. Das war jetzt ein königlicher, epischer Sieg, weil ich ne Krone aufhatte und gewonnen hab. Nice, nice, nice. Okay. Aber das mit den Konfetti hab ich nicht verstanden. Aber witzig. Obwohl wir eigentlich die Konfetti-Kanone verfolgt haben, diese Mission, haben wir tatsächlich ordentlich was hinbekommen. Yay. Mehr Tänze freigeschaltet. Hurra. So. Ähm. Okay, wahrscheinlich hat es gezählt und er hat's nur nicht akzeptiert. Ja, okay. Doch, ich verstehe. Und jetzt muss man das hier machen. Also das geht jetzt... Das muss aber alles... Also jetzt geht's hier wieder los. Geräteverbindung, dann wahrscheinlich Essen sammeln und dann auch da feiern. Und dann gibt's wahrscheinlich, das sind verschiedenen Orten erst mal. Okay. Und wenn man das offen hat, geht's hier weiter. Okay. Also das müssen wir auch jetzt mitverfolgen. Hier haben wir eigentlich fast alles. Durchsuche Kassen 0 von 5. Irgendwas muss man hier tun. Hupen mit einem Fahrzeug. Einfach nur hupen. Einmal hupen oder was? Okay, wir wollen eh hier hin. Das ist gut. Einfach nur einmal bei Sanctuary hupen. Weil das ja easy. Okay. Ja gut. Dann, ähm... Ich wollte eigentlich nur einen Part aufnehmen, aber wenn wir jetzt den Quatsch hier haben, dann nehme ich fast noch einen Part auf. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.